hallo willkommen zu einem neuen video heute spielen wir einmal aufstieg von berg ja und das spiel habe ich schon ein bisschen länger gespielt meine konnte ist auch schon ein bisschen weiter was gibt denn hier alles? how to spend your money? oi 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 115 euro gratis pack kann man öffnen wow fehlt halt auch einiges da und wo ich noch reinschauen würde wer in odins markt weil dann können wir uns auch einige sachen kaufen dann haben wir noch odin münzen und wir haben noch mehr das ist teuer gut wir müssen nämlich die ganzen marken raus geben irgendwie so was haben wir denn in der mailbox damit oh man hier ist auch noch einiges drin noch mehr eisen oh man das deckt sich alles das eisen es kommt doch alles zurück ich sehe jetzt noch ein drache am besten den hangar platzieren den hangar ja was hat der gemacht der hat ein titanentraining ok hat er nicht geschafft ja das ist schade ich hatte aber noch mal ein titanentraining so dann haben wir noch einen neuen drachen oh leute gibt es aber heute einiges zu tun dann haben wir so mehr haben wir nicht noch mehr eisen halt aber egal wenn wir jetzt mehr weg mehr brauchen müssen wir noch drachen auf level 124 so den haben wir 135 131 die sind alle 124 ok eine sekunde ja ok ich wollte es gar nicht dahin gehen aber irgendwie doch gemacht so 124 alle 124 oder wie krieg ich jetzt noch runen ach so dass die angebotsseite nene nene boah 100.000 runen ist natürlich einiges wo aber nee da wollte ich jetzt gar nicht hin ich wollte hin zu den drachen 151 ok 351 die sind alle schon so hoch hier gibt es was sonst oder ja sammeln so welcher hat er 125 wir müssten eigentlich den nächsten drachen aufleveln ich will es nicht wieder ausgeben von den runen oh man das will ich mir jetzt auch nicht durchlesen hier 5 grenzenzeit 15 portal sorry leute das zeige ich gar nicht aber was wir machen können ist bergspflichten und verteidigen so da sind wir nämlich gar nicht weit wir sind nämlich bei 5 Und die Drachen sind natürlich alle ziemlich overpowered. So, ähm, komm. Wir wollen das verteidigen. Hervorragende Chancen, na das ist doch mal gut. So, überspringen wir alles, brauchen wir nicht. Verteidige Berg, ja komm, lassen mich die Drachen platzieren. Ich habe nicht genug Energie. Die sollen einfach aufs Hauptstück, ja das war es schon. Ja genau, weil ich das nie gespielt habe. Ist doch klasse, da haben wir direkt gewonnen. Und alle drei Schlüssel. Jawohl. Und was kriegen wir dafür? Sammle deine. Die Übersetzung ist ja wieder grottisch hier, oder? Oh, die ganzen Dialoge wieder. Ja, und die haben wir noch in... Oh, was ist das? Aha. Ach so, oi, 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 oi. Der kostet 115 Euro. Okay, und der Reitern kostet... Mehr Wikinger. Die haben wir wieder... ...noch größer gemacht. Wow. Das ist echt mega groß geworden auf einmal in der Insel. Ah, hier haben wir auch noch Drachen. Ach, 29. Den können wir ja nochmal aufleveln hier. Hm. Level 4, Level 4. Boah, hier ist so viel alles noch. Was ist denn das hier? Ach so, das ist dieses komische andere Event. Limitiertes Event, ja. Du bist der Händler, Johan. Was hat der für uns? Oh. Nee. Keine Ahnung, was das für ein Quatsch ist, aber nee. Die haben wir noch was gefunden. 300 Millionen Holz. Wow. Aha, hier oben haben wir auch noch Drachen. Ach so, da hab ich doch eben Bescheid geschaut, oder? Ja, das stimmt. Was macht eh hier? Er kann was suchen. Angebote. Events. Events, da muss ich mal vorbeischauen. Ähm. Ach so, ja. Rapid auf Beschleunigung. Event eingeben? Oh mein Gott. Die Übersetzung, hier haben wir es aber auch in sich, oder? Aha. Genau, das sind neue Inseln. Darum gibt's einen Update. Perfekt. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Snuggle Talk Season, ja, ja. Kostüme. Ja. Ha, nee. Obwohl doch, hier wollte ich eigentlich rein. Aber ich wollte hier rein. Wo kann ich denn die Punkte kaufen? Oh, über 30 Euro. Das war auch teuer, ne? Ein Alpha Pass. Oh, ho, ho, ho. Die werden so langsam auch richtig teuer. Abholen. Hier, das wollte ich gucken. Hier können wir die Punkte abholen. Das wollte ich abholen. Genau, perfekt. Sonst kriegen wir nämlich auch noch irgendwelche Belohnungen hier. Hier, das größte Geschenk und Runen. Aber ich wollte ja das größte Geschenk holen. So, wo platzieren wir das denn mal hin? Am besten nicht zu weit weg. Ja, nee. Hm. Nee. Wir brauchen irgendwie einen 3x3 Platz, oder? Wo haben wir denn 3x3 Platz? Wo waren denn die anderen Däkuationen vor allem? Ah, hier. Ja. Kurzen Augenblick. Da haben wir es. Das größte Geschenk. Ja, so muss es platziert bleiben. Ja, super, genau. Dann haben wir noch, was haben wir hier? Keine Ahnung. So, mit dem Drahenholz. Ja, das kann ja irgendeiner machen. Holz suchen. Äh, Runkelfisch. Ja. Äh? Nee, nee, nee. Boah, wir kriegen ja auch ganz viel Fisch, oder? So, was gibt es noch für Quests? Äh. 200 Flüstern tot suchen. Hä? Ah, hier muss ich suchen. Auf Barschem. Komm, das beschleunigen wir mal kurz mal. Dann nochmal suchen. Ein Flüstern tot auf Barschem. Ja. Oh, jetzt habe ich nochmal Juwelen ausgegeben. Ach, egal. So, ich habe ihn gefunden tatsächlich, ne? Nee, ein Kronkel. Hahaha. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist aus dem seine Mutter, oder? Wo ist der hin? Hehe, ja. Hm, hm, hm. Einen Kronkel. Nein, nicht frei lassen. Ich nehme einen in den Hangar rein. Ja, ja. Oh! Die Quest, die können wir alle durchmachen, ne? Die ganzen Dialoge habe ich jetzt auch keine Lust zu lesen. Ja, okay. Dann haben wir noch. Ja. Ja, okay. Okay. So, dann würde ich sagen, sammeln wir noch das von den Events ein. So, pass ich, pass ich, weiß gar nicht. Ich glaube, man kommt links dahin sonst, ne? Ja gut, denn das könnte ich durchpain, aber mache ich jetzt nicht. Jo. Das ist ein Exklusiv. Wahrscheinlich für Gold und ohne Zahn, oder so. Jedenfalls, das Spiel ist so pay to win irgendwie gefühlt. Also die ganzen Pässe und alles. Und, ja, keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.